Wie man Variablen definiert, um damit zu rechnen, haben wir bereits in einem der ersten Videos kennengelernt. Welche Variablentypen gibt es aber noch, jetzt nachdem wir auch wissen, dass der Computer sehr gut mit negativen Zahlen umgehen kann und auch mit den sogenannten Gleitkommazahlen oder Fließkommazahlen? Gucken wir uns erstmal die ganzzahligen Variablen an oder Variablentypen an. Das wäre auf einer Seite das, was wir schon bereits kennen, der int. Es gibt allerdings bei vielen der Variablentypen leichte Unterschiede, auf welcher Plattform man eigentlich arbeitet. Auf dem Arduino Uno, das was wir hier als Beispiel benutzen und das was die meisten von Ihnen auch zu Hause haben, ist eine int-Variable genau 16-Bit groß und auf dem Duo, Arduino Duo, das ist eine spätere Plattform, die etwas mehr Speicher hat, wäre es 32-Bit. Dann gibt es noch den Long-Variablentypen, das ist 32-Bit beim Uno und 64-Bit beim Duo. Dann gibt es eine spezielle Variante für ganz kurze oder eben kleine Zahlen, der sogenannte Byte, was logischerweise genau 8-Bit hat, egal auf welcher Plattform. Und dann gibt es noch die JAR-Variablentypen. Das ist auch 8-Bit und damit kann man Zeichen repräsentieren, wie A, B, C, Fragezeichen und so weiter. Das funktioniert allerdings nach einer Tabelle, die sogenannte ASCII-Tabelle und man kann diese Tabelle entweder eben mit Zeichen repräsentieren oder mit dem bestimmten Stellen, mit einer bestimmten Stelle in der Tabelle, das durchnummeriert ist. Diese ASCII-Tabelle werden Sie in einer der Übungen dann kennenlernen. Aber damit kann man eben dann Zeichen darstellen. Interessant zu sehen ist außerdem, dass man alle diese variablen Typen auch mit einem Unsigned vorne versehen kann. Und damit nutzt man eben für alle diese Typen die komplette Genauigkeit des Speicherplatzes nur für positive Zahlen. Das ist sehr praktisch, wenn man etwas größere Zahlen hat, aber man sicher ist, dass sie eben positiv sind. Was gibt es auf dem Bereich von Gleitkommazahlen? Da gibt es als erstes den sogenannten Float. Den haben wir bereits kennengelernt, die sogenannte einfache Genauigkeit. Und der nimmt genau 32 Bit im ONU und auch 32 Bit im DUE. Dann gibt es den DOUBLE. Das klingt so, als ob es die Genauigkeit verdoppelt. Allerdings tut das nur auf dem DUE und es gibt gar keinen Unterschied auf dem Arduino UNO. Das ist so leicht aus historischen Gründen hier bedingt, dass man die meisten Programmiersprachen haben eben Float und Double und nicht alle Plattformen unterstützen das, weil eben der Speicherplatz sehr limitiert ist. Deswegen hat man sich dafür entschieden, auf dem UNO diese zwei gleich zu halten und nur auf dem DUE die doppelte Genauigkeit anzubieten. Dann gibt es noch einen sehr interessanten Variablentypen. Das nennt man ein BOOL. Man kann dafür auch BOOL schreiben. Das kommt auch davon. Das ist eine BOOLische Variable. Eine BOOLische Variable ist eine spezielle Variable, die nur zwei Werte einnehmen kann. 0, 1 oder sogenanntes True, False. Damit werden wir uns in den nächsten Videos ziemlich viel auseinandersetzen. Hier wäre es einfach wichtig zu wissen, dass BOOL und BOOL auch noch existieren. Ja, ich habe es mitnehmen. Säge 2.0 Man kann das nicht aufheben. Ich habe es richtig, dass BOOL und BOOL ist. Vielen Dank.